Hallo meine Lieben! Einige von euch oder viele werden gemerkt haben, dass bei vielen meiner Meditationen in meinem Blog, die ihr dann kostenlos downloaden könnt, der Downloadlink nicht funktioniert, weil er veraltet ist. Und ich habe seit einer Ewigkeit vor, diese Downloadlinks alle auszutauschen, weil die Dateien jetzt alle auf einem neuen File-Server liegen. Aber es ist einfach super zeitaufwendig, super mühsam und irgendwie fallen mir immer wieder tausend andere Dinge ein, die mir wichtiger sind und davor stehen. Und deswegen werde ich es jetzt so machen, dass ich euch hier einmal in die Infobox einen Link setze zu allen meinen YouTube-Meditationen als kostenlose MP3-Datei. Da kommt ihr noch auf meinen Google Drive File-Server und da könnt ihr dann alle, die euch interessieren oder halt auch gerne alle, anwählen und runterladen, sei es auf PC, Tablet, Handy, wo auch immer. Wenn ich dann irgendwann mal die Muße habe, werde ich diesen Link auch nach und nach bei den ganzen Meditationen auf meinem Blog einbinden. Aber, ja, da steht wie immer noch ganz, ganz weit hinten an. Deswegen hier mal, dass ihr da einfach alle abrufen könnt. Die heißen manchmal ein bisschen anders als online, aber das werdet ihr schon zurechtfinden. Und wie gesagt, im Notfall ladet euch einfach alle runter und hört sie einfach alle durch. Ja, und damit wünsche ich euch einfach ganz, ganz viel Freude beim Anhören, beim Meditieren, beim Entspannen und bei der Selbstfindung. Viel Freude dabei! Bye!